Wow, zwei Mal in so kurzer Zeit hintereinander, ich könnte ausrasten. Ne, ernsthaft. Okay, die sind alle tot. Und nicht mal ein Magazin. Wow. Kräuter. Zum Kombinieren. Okay, ich muss noch mal kurz was nachgucken. Wir sind jetzt in diesem Raum und wenn wir da hingehen... Okay. Also... Soll ich das mitnehmen? So. Oh. Kommt noch einiges auf uns zu, sehe ich gerade. Ich nehme mal kurz die... Die Kanister mit. Die werden wir brauchen. Obwohl, ja, in welchen Raum kommen wir noch nicht rein? Das sehen wir ja dann. Ach so, ja, die sind alle nicht resettet worden, weil... Stimmt. Okay. Jesus Christ. Ach, komm. Okay. Den einen Raum können wir noch nicht betreten. Aber in den dahinter, okay. Zum Glück ist der langsam. Und ich habe gelesen, er verpisst sich nach der Wiedervereinigung mit Billy. Deswegen brauchen wir uns um den nicht so wirklich kümmern. Warte mal. Wie viel Munition habe ich noch? Oh, ja, einiges. Was? Der ist doch nicht tot. Der tut doch nur so. Der ist tot. Ohne Stöhnen. Einfach. Ich kann nicht mehr. Den hätte man auch am Leben lassen können. Warum habe ich den nicht am Leben lassen? Oh, egal. Karte? Und jetzt da hoch. Okay. Warum verwende ich die Karte so oft? Wo bin ich hier? K7. Wie gibt es meines Wissens nach? Das ist der Kräuter. Von da kommen wir. Von da kommen wir von da. Ich glaube, wir kamen von da, wo ich gerade, ja. Schrotflinten-Munition. Schön, wenn ich es tragen könnte. Hm, wofür sind die ganzen Wege hin? Wenn ich das wüsste. Hier brauche ich die Hilfe von Billy. So viel weiß ich schon mal. Dieser Raum ist nur eklig. Ich weiß nicht, wie ich bin. Es geht nicht. You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus' research. He must have kept messing around with the mother virus. Okay. Hier gibt es auch zwei Wege. Einer ist noch nicht durchlässig. Und wenn ich jetzt richtig liege, müsste der eine Weg... Erstmal, Billy, bitte hier. Ach, was. Ich hätte ihm was... Ich hätte ihm ohne Scheiß ein paar Sachen geben lassen. Also, dass ich nicht so alles rumschleppen müsste. Ohne Scheiß. Wäre viel besser gewesen. So, hier. Kriegst du noch eine Heilung. Ach ja, außerdem. Ich kämpfe mit Rebecca nicht mehr. So, jetzt kombinieren wir die ganzen Scheiß hier. Zack. So. Und ich gucke gerade eben, ob wir überhaupt noch mal Flaschen bekommen. Denn es sieht tatsächlich so aus, als bräuchten wir... ...die Flaschen nicht mehr. Tatsache. Also, wir bekommen keine Flaschen mehr. Das... Kann ich hier abgedeckt werden? Wo steht denn Billy? Die... Okay. Kann hier nicht abgelegt werden. Dann lege ich sie einfach dort ab. Hier. Weil die brauchen wir nie wieder. Die Flaschen können äußerst nützlich noch werden. Die Pistole sowieso. Also, Munition, Mangel, herrscht keine. Ähm... Man kann beim Leiter runtergehen nicht auf Rebecca switchen. So. Rebecca. Süße. Ah... Ah... Benimm dich mal on... Ah... Ordentlich so. Können wir noch nicht. So. Billy muss erst mal... Warte mal. Wo müssen wir eigentlich lang? Müssen wir hier lang? Nee. Ich muss die Kisten da doch durchschieben, oder? Falscher Knopf. Ich werde es nie lernen. Genau. Wir müssen da hinten rüber. Äh... Nach links. Guck hier nach rechts, nach rechts, nach rechts. So. Dann wollen wir mal... So. Immer schön weiterschieben. Dann da draufsteigen. Zack. Zack. Die andere Seite. Das Dingdach da hinten schieben. Ernsthaft. Damit ich das Ding nochmal rotieren muss. Hier ist klar. Ich werde das Ding nicht rotieren. Ich werde das Ding rotieren. Wenn ich das nämlich jetzt da hinschiebe, habe ich es vergeigt. So. Und jetzt schieben wir es komplett ans Geländer. Jetzt kann es sich wieder rechts nach links bewegen. Aber Schieben ist noch ganz außen. Eigentlich müsste ich den Part beenden. Aber das Rätsel machen wir noch. So. Voila. Wir haben fertig. Fettisch. So. Ich gehe mit Bill mal in die Position. Dass keine Musik ist. Das... Das kann einen so fettisch machen. Man ist gewohnt, dass es im ganzen Spiel immer so Musik ist, oder nicht? So, Billi. Auf geht's. Ja, wir haben noch einen Platz. Gut. Gut, dass Billi wieder dabei ist. Dann würde ich mal sagen, wende ich den Part an dieser Stelle. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zwinita. Und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.